Ein schöner Garten ist Ruhepool und Spielplatz zugleich. Damit das so bleibt, bietet Biohaut Stauraumlösungen für jede Anforderung. Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax maximalen Stauraum auf wenig Platz. Ob als Fahrradgarage, Mülltonnenverkleidung oder zum Verstauen von Griller und Sitzkissen, der StoreMax ist vielseitig einsetzbar. Der StoreMax lässt sich durch ein zweigeteiltes Öffnungssystem öffnen. So können Sie wahlweise die Box oben und oder vorne öffnen, ganz wie Sie es möchten. Der StoreMax ist regenwasserdicht, so bleibt das Innenleben garantiert trocken und übersteht unbeschadet jedes Wetter. Zusätzlich sichert die Zylinderschlossverriegelung den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Eigens entwickelte Regalsysteme helfen Ihnen alles platzsparend zu verstauen. Eine kluge und durchdachte Aufbauanleitung macht den Zusammenbau des Produktes zum Kinderspiel. Der StoreMax ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich. Außerdem können Sie zwischen drei ansprechenden Farben wählen. Silbermetallik, Quarzgrau und Dunkelgrau Metallic. BioHort steht für Qualität. Deshalb gewähren wir 20 Jahre Garantie. Aufgrund des hochwertigen Materials und der sorgfältigen Verarbeitung muss ein Produkt von BioHort niemals gestrichen werden. Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause. Perfekte Stauraumlösungen für den Außenbereich. Entdecken Sie weitere Qualitätsprodukte von BioHort auf www.biohort.com Qualität in Bestform. Made in Austria.